Hallo und Mahlzeit! Mein Name ist Elmar Kress aus Berlin und meine Unternehmung heißt Essen gehen in. Was haben Sie für einen Nutzen davon? Essen gehen in zeigt Ihnen jeden Tag die aktuellsten Speisekarten aus Restaurants in Ihrer Umgebung. Wenn Ihnen also am späten Vormittag im Büro der Magen knurrt und Sie Hunger bekommen, schauen Sie doch einfach auf mein Portal.